16 Bars TV heute mit 3+, Dennis und vis-a-vis, wir haben uns im Treptopolis getroffen, um Improvisationstheater zu spielen. Ich freue mich sehr. Da sage ich mal ganz spontan, hallo. Hi. Dennis, vielleicht sollten wir dich auch ganz kurz vorstellen, du bist kein Rapper, sondern was bist du? Ich bin vom Beruf Spiel- und Theaterpädagoge, spiele auch als Improvisationstheater, Schauspieler beim Impro-Theater Berlin The Mix und biete mich auch als Kommunikationstrainer an. Ja, und wir beide sind ja sehr kommunikativ und 3+, hat schon des Öfteren in dem einen oder anderen Video unter Beweis gestellt, dass er schauspielerisches Talent hat und wir wollen heute sehen, wie viel davon wirklich in ihm steckt. Ja, super. Mal gucken. Wir haben in der Woche keine Ahnung, was passiert, Dennis. Wir geben uns einfach vertrauensvoll in deine Hände und du wirst uns auf dieser Bühne, auf der übrigens neulich auch, wie ich gehört habe, Olli Banja und Peter Fox ein schönes Video gedreht haben. Oha. Also hier, große Vorbilder waren auf dieser Bühne. Dann wirst du uns einfach mal ein bisschen einführen in die Kunst des Improvisationstheaters. Ja, dann kommt mal mit. Schauen wir zu zittern. Also beim Improvisationstheater gibt es nur eine Regel oder eine Empfehlung, die heißt Auja. Das heißt, dass man jede Idee vom Spielpartner annimmt, positiv bleibt und nahe legt. Und da gibt es so eine Grundübung, die man dann spielt als erstes immer, die heißt das Auja-Spiel. Funktioniert folgendermaßen. Einer von euch sagt eine Idee, wie zum Beispiel, lasst uns alle zusammen auf einem Bein hüpfen. Dann müsst ihr im Chor schreien Auja. Positiv bleiben. Und wir hüpfen auf einem Bein. Wir hüpfen auf einem Bein. Lasst uns alle auf einem Bein hüpfen. Auja. Wer hat eine Idee, wer hat einen Vorschlag? Dann einfach. Müssen wir so lange auf einem Bein hüpfen? Ja, den ersten Gedanken gehen ab. Ich würde sagen, wir wechseln einfach mal das Bein. Dann sag, lasst uns alle das Bein wechseln. Lass uns alle das Bein wechseln. Auja. Und jetzt lassen wir alle auf einem Bein hüpfen, im Kreis drehen. Auja. Das ist sozusagen die Grundempfehlung beim Infoesieren. Jeden Vorschlag, dass anderen anlehnen, positiv bleiben und die Handlung vorantreiben. Machen wir mal jetzt ein Was-Auja-Spiel. Du gibst ihnen ein Geschenk. Das Erste, was dir einfällt und deine Aufgabe ist, zu sagen, auja, das ist es, das anzunehmen und etwas Nahlegenes damit zu machen. Also nichts Originelles. Also wenn du jetzt eine, hier habe ich eine Sonnenbrille für dich, jetzt nicht die Sonnenbrille aufessen. Das gibt zwar einen schnellen Lacher, aber das macht die Handlung sozusagen kaputt. Okay. Schon bevor eine entstehen kann. Das heißt, versuch ganz nahlegen zu bleiben dabei, aber energetisch. Das Erste, was dir einfällt. Okay, los geht's. Ein Einkaufswagen, wie hast du den denn hier hinbekommen? Ja genau. Wie hast du den denn hier hinbekommen? Nein, das ist mit lauter geilen Sachen drin. Oh super, den stelle ich hier mal an die Seite. Ich habe nämlich auch was für dich. Ja, oh ja. Also pass auf, nicht, dass es runterfällt. Ein neuer Fernseher, ein riesengroßer neuer Fernseher. So groß, so groß, mindestens. Das ist ja der Wahnsinn, mein Fernseher ist kaputt zu Hause. Großartig, danke schön. Danke. Bitteschön, sehr gerne. Okay. Ja, okay. Auja. Also du brauchst das Auja, ne? Dann braucht ihr das Nahlegende, also wirklich das so machen, wie man das normalerweise macht, damit die Fallhöhe größer ist. Und dann braucht ihr noch so innere Haltungen, wie zum Beispiel, ich habe keine Ahnung hier, was ich tue, aber es ist okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber es ist okay. Das ist nämlich, das wollte ich dich gerade fragen, hast du irgendwas, ist es mir noch ein bisschen unangenehm. Ich habe noch ein bisschen Probleme, aus mir herauszukommen. Einen Trick, der dagegen hilft. Ja, zum Beispiel dieses Mantra, Feuer oder laut, einfach rufen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber es ist okay. Das können wir mal auf drei rufen. Eins, zwei, drei. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber es ist okay. Jetzt im zweiten Schritt versucht ihr euch vorzustellen, es ist wie eine Szene, die man mit der Kamera aufgenommen hat, dann hat man auf Pause gedrückt. Wenn man auf Play drückt, geht die ganz normal im Fluss weiter. Also ihr bleibt nicht die ganze Zeit hier so wie eingefroren, sondern ihr rechtfertigt nur, was das bedeutet und dann lasst ihr das weiter fließen, bis ich rufe Freeze. Also ich friere euch wieder ein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber es ist okay. Du sagst ja. stehst und versuchst auch nach deiner Rechtfertigung dieser Position in den Spielfluss zu kommen, damit du eine neue Position hast. Und los geht's. Okay. Ja, ich bin ein bisschen noch verklemmt, deswegen verschränke ich die Arme, aber es ist okay und ich arbeite gerade daran. Das ist schön. Ich bin Batman. Das ist auch okay. Du hast Superheldenkräfte? Ich habe diverse Superheldenkräfte. Genau. Zeig sie dir. Ja, ich möchte sie gerne sehen. Ich kann diverse Sachen machen. Pass auf. Dafür haben Leute früher sehr, sehr lange gebraucht, um das zu erzeugen und ich mache es einfach nur anhand dieses Geräts, was ich mir erbauen darf. Das ist mein Feuerzeug übrigens. Das ist kein Feuerzeug oder wie du das nennst. Das ist einfach nur Feuer. Pass auf. Ja. So. Wow. Früher im Leandertal. Freeze. Stunden. Gut. Kriegen wir zum Beispiel noch so einen motivierenden Applaus, oder? So ein Kekschen. So ein Leckerchen zugeworfen. Okay. So, beim Improtheater kann alles, alles sein. Wir versuchen aus einem Becher mehr zu machen, als er ist, oder auch aus der Luft, wie ein Pantomime, Welten entstehen zu lassen. Jetzt ist es so, dass ihr nacheinander mit diesem Becher in Kontakt aufnehmen werdet, aber erst mal was anderes. Hier zum Beispiel ein Telefon oder das nächste Mal ein Baseballschläger. Und jetzt ist es wichtig, dass man lernt, beim Improvisieren seine Blockaden wahrzunehmen, aber dann Tricks und Techniken an die Hand bekommt, um die wieder aufzulösen, die Blockaden. Also irgendwann kriegt ihr vielleicht ein Blackout. Irgendwann kommt keine Idee. Und dann einfach rufen Hilfe und ich zeige euch dann ein paar Tricks, wie man damit umgehen kann. Ja? Okay, probiert mal aus. Und Action! Ich habe so Angst vor Hunden, das geht auf jeden Fall gar nicht. Du musst den Hund an die Leine nehmen. Geh einfach nur links dran vorbei, es ist schon okay, der vertritt keine Leine, der ist allergisch gegen Leinen, was soll ich dagegen tun? Jetzt nach mir! Oh, danke! Und weiter geht's! Hallo? Ja? Ach ja, der riecht gerade neben mir! Hi! Hier! Bitteschön! Das ist für dich! Das ist... Weiß nicht, hat sich das nicht vorgestellt. Ja, nimm mal den ersten Gedanken, den du hast. Ich wollte wieder Batman sagen! Ja, ja! Richtig! Genau! Das ist Batman! Das ist Batman! Der sucht dich! Du bist doch Catwoman! Schönen Tag! Ah! Die Welt retten! Jetzt? Nein! Ich bin doch krass! Ich bin doch im Komplikationstheater gerade mit 3 Plus! Und? Danke! Super! Und nochmal! Gib mir dein scheiß Handy jetzt! Ich hab kein Handy! Gib mir dein Handy! Gib mir alles was du hast! Ich hab kein Handy! Dieses Gerät, das hab ich irgendwo gefunden! Du brauchst noch mehr! Es ist auf jeden Fall Geld! Ich hab kein Geld! Ich hab kein Geld! Ich bin Rapper! Ich hab kein Geld! Achtung! 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 Wieso? Ich möchte gerne aus der Kinderpark. Tschüss! Jetzt spielen wir mal das Wer-au-ja-Spiel. Du definierst ihn als eine Figur. Du darfst ihn definieren als einen Verwandten, also in einem Verwandtschaftsverhältnis. Du sagst so Hallo Opa! Dann muss er sozusagen zum Opa werden und auch Sachen sagen, die der Opa sagt. Du kannst ihn definieren als einen Beruf. Du kannst sagen Hallo Herr Bundeskanzler. Dann muss er zum Bundeskanzler werden und naheliegende Sachen sagen und auch tun. Am besten mit Objekten oder mit Alltags-Routinehandlungen, die zu dem Beruf passen. Oder du kannst ihn auch definieren mit einem Statusverhältnis. Du kannst sagen Sklave. Dann muss er sich auch so verhalten. Du kannst sagen, na? Hohe Herrschaftlichkeit. Dürfte ich mich nähern auf einen Schritt, Herr König. Kommen Sie heran auf einen Meter. Ja, bitteschön. Was ist denn Ihr Anliegen? Warum stehlen Sie meine Zeit um diese Tageszeit herum? Sie wissen, ich bin gerade am Venieren und mir geht es allgemein nicht so gut. Es tut mir leid, dass ich Ihre kostbare Zeit in Anspruch nehme. Ich bräuchte ein paar Münzen. Ein paar Münzen? Wofür denn? Für den Spielautomaten? Nee, für meine... Für den Autoscooter. Und jetzt ja, für den Spielautomaten. Ja, für den Spielautomaten. Ja, für den Spielautomaten. Für den Spielautomaten. Für den Spielautomaten. Und für den Autoscooter. Für... Nein, für den Spiel... Ja? Ja, auch für den Autoscooter, aber auch für den Spielautomaten. Für den Novoline-Spielautomaten. Sie mögen Autoscooter, ja? Ich liebe Autoscooter. Ja. Und der König hat das ja erfunden, das mit dem Autoscooter. Und deswegen dachte ich, er könnte mir ein paar Münzen geben. Ich muss auch jetzt immer Ja sagen. Ja, ja, ja. Ja, ich habe das gehört. Ja, ich habe das gehört. Und ja, ich habe Münzen. Und ja, ich werde meine Münzen schön für mich behalten. Ja, das finde ich eine großartige Idee. So, hinfort mit Ihnen. Ja, ja. Ich wollte Eger gehen. Für den Spielautomaten. Natürlich. Also wir brauchen einen Wer und wir brauchen einen Wo zum Beispiel. Da kann man ja zum Beispiel mal Justin fangen. Justin, wo soll denn die nächste Szene spielen? Keinen geografischen Ort wie Alaska oder Turkai, sondern Schauplatz. Das ist hier eine Bühne. Oder soll das auf einem Kinderspielplatz spielen oder in der Küche? Frittenbude. Frittenbude. Ah, Frittenbude. Ja, das spielt eine Frittenbude. Diesmal beginnst du, Dennis. Du wirst die Frittenbude etablieren durch Objekte- und Routinehandlung. Du kommst hinzu mit einem Objekt und einer Routinehandlung und du wirst ihn dann definieren. Kannst dir aussuchen. Verwandtschaftsverhältnis, Statusverhältnis oder Beruf. Darf ich das schon immer sagen oder bin ich... Nee, du wartest erstmal. Du wartest erstmal. Du wartest erstmal. Okay, los geht's. Du bist so ein asozialer Penner, Günther. Du hängst hier den ganzen Tag ab in dieser scheiß Frittenbude. Du arbeitest hier nicht. Du solltest aufhören, die Leute hier von ihrer Arbeit abzuhalten. Ich spiele hier Murmeln. Ja, und ich habe vorhin schon wieder drei Euro gerannt. Ja, es ist super. Es ist großartig, dass du mein Geld, was ich... 3,20 Euro. Ich gehe arbeiten und du verspielst dir das ganze Geld. Du nervst dir die Leute die ganze Zeit. Du trinkst die ganze Zeit Bier und bist ein asozialer. Ich sollte ja echt aufhören, oder? Ich höre morgens auf. Ich höre morgens auf. Ich weiß es doch selbst. Du bist ein Penner. Ich werde dich verlassen. Oh, wieder zwei Euro gewonnen. Zwei Euro gewonnen. Ich werde dich verlassen. Ich werde dich zuhören. Ich werde dich verlassen. Du wohnst ja eh in der Frittenbude. Du bist meine Tochter. Du kannst mich nicht einfach verlassen. Ich werde einfach ausziehen. Ich werde einfach ausziehen. Das sollte auch mal machbar sein mit 30 Jahren. Ich spiele Murmeln, wann ich lustig bin. Okay. Ich habe schon wieder zwei Euro verloren. Hast du noch mal zwei Euro? Nur, dass du Bescheid wirst. Ich ziehe aus. Wenn ich ausgezogen bin, hast du kein Geld mehr. Sie hat noch mal zwei Euro. Dann würde ich noch eine Pommes rot-Weiß nehmen. Ich werde auch deine Beerdigung nicht bezahlen. Was für eine Beerdigung? Von Murmeln spielen ist doch keiner gestorben. Du wirst eh bald sterben. Warum werde ich denn? Du trinkst den ganzen Tag nur Korn. Wann hast du denn das letzte Mal einen Schlupf Wasser getrunken? Ich trinke keinen Korn, ich esse Korn. Und? Bis hierhin. Sehr gut. Jetzt kommt die Königsdisziplin. Dass die Figuren sich innerhalb der Szene verändern lassen. Kein Mensch geht ins Kino und guckt sich einen Film an, wo die Figuren sich nicht verändern lassen. Was ist ein Lieblingsfilm? Oder ein Film, den du gerne guckst? Fight Club. Fight Club. Okay. Ist ja eine riesen Veränderung. Auch vom Status her, oder? Ja, klar. Die Edward-Norton-Figur beginnt so als der totale, disillusionierte Loser, der mit einem Auftrag endet an der Spitze der Anarchie. Okay. Ich arbeite mich jetzt vom Mummelspieler quasi hoch. Genau. Das wird zum Beispiel eine Veränderung. Oder, was wir auch sagen, als Synonym für Veränderung ist, sich verändern lassen, sich treffen lassen. Hier war ein guter Impuls, zu dem ich möchte, dass du bedingungslos Ja spielst und dich verändert hat. Sie sagt, sie wird deine Beerdigung nicht bezahlen, hat sie gesagt, und sie wird ausziehen. Ja. Ich hab Ja gesagt. Ja, genau. Genau. Und das ist alles gut. Aber jetzt ist es so, jetzt geht es darum Ja sagen, heißt auch, dass die Figur sich verändert. Steigt man nochmal ein und ich ziehe dann aus. Und Action. Ja. Ich werde genauso wie Mama meine Koffer packen und gehen. Du weißt ganz genau, dass ich nicht über Mama reden will. Ja. Das ist aber auch genau dein Problem. Deswegen hängst du mir auch die ganze Zeit. Wenn du ausziehen möchtest, dann sollst du das tun, aber das würde mich sehr verletzen. Ach, du hast Gefühle auf einmal. Ich hab Gefühle. Du hast doch nur Gefühle für deine Murmeln und für deinen Alkohol, sonst hast du doch keine Gefühle. Ich hab doch nicht nur, das ist doch, das ist lächerlich. Und das verletzt mich wirklich hier sehr. Ich kann das verstehen, dass du das von den Murmeln denkst, aber die Murmeln können da erstmal nichts für. Hast du mir jemals gesagt, dass du mich lieb hast? Hast du jemals gesagt, ich hab dich lieb? Das hast du mir gesagt. Da warst du aber noch so. Ja, toll. Und im Bauch von deiner Mutter. Daran soll ich mich erinnern, oder was? Die Ärzte haben gesagt, die Kinder kriegen das auch schon im Embryostadium mit. Da hab ich das gesagt und danach hast du es dir nicht mehr verdient gehabt. Du bist auf die Welt gekommen und hast nur Scheiße gemacht. Ich hab die ganze Zeit... Was hast du gemacht? Ich hab hier meine Ausbildung zur Nageldesignerin gemacht und äh... Du würdest auch Murmeln spielen, wenn du Murmeln spielen könntest. Du hast das Spiel aber nie verstanden. Ich weiß noch, wie ich dir das damals versucht dabei zu bringen. Jetzt mach mich nicht wütend. Ich zieh aus. Du ziehst aus? Ja. Ja, dann zieh doch aus. Ja, mach. Wenn du das... Das kann ich... Genau, und jetzt die Emotionen, leg die ins Murmelspiel. Rede nicht mehr viel, sondern leg die Emotionen ins Murmelspiel. Und in dem... Weißt du was? Dann zieh doch aus und dann mach dein Ding und ich fand irgendwo... Jetzt hör auf mit deinen Murmeln zu spielen. Du guckst mir noch nicht mal an. Ich hab die Murmeln noch gar nicht mehr in der Hand. So. Ja, hier. Hände frei. Und ich werde jetzt gehen und ich fang auch ein neues Leben an. Wenn du ausziehst, zieh ich auch aus und ich zieh schneller aus als du. Ne, das werden wir ja... Sehen wir schneller aus. Ne, das äh... Wo wohne ich gleich nochmal? Du bist doch... In die Richtung, oder? Ich wohne nochmal hier. Ja, gut. Prima. Ok. Klasse. Murmeln spielen eigentlich in der Frittenbude? Das hab ich irgendwie von Anfang an nicht vergessen. Ich hab mal diesen Move gemacht, als würde ich die Pommes drehen. Und dann ist mir nur Murmeln spielen dazu eingefallen. Aber ich wollte dich als den Verrückten darstellen, der sich einfach hinstellt und in den Pommes rumwüllt, obwohl er gar nicht da arbeitet. Ich hab das nicht verstanden. Ich wollte mich nur in die Pfanne hauen. In die Pfanne hauen. Wie viel Spaß? Jetzt hab ich hier so ein bisschen noch versucht, ein bisschen nachzujustieren. Jetzt bei dir auch. Nur mal so als Beispiel. Er hat dann zu dir gesagt, du kannst ja gar nicht Murmeln spielen. Na, du hast es ja nie gezeigt. Na, und dann hast du gesagt, doch, ich kann das oder was da oder so. Spiel mal auch Ja zu dieser Idee. Und jetzt genau in diesem Moment, wenn er sagt, du kannst doch gar nicht Murmeln spielen, zeig, zeig den Zuschauern, dass seine Idee Gold wert ist. Zeig, dass man nicht Murmeln spielen kann. Und Action. Ich hab dir damals versucht, Murmeln spielen beizubringen. Du wolltest es nicht lernen. Du hast es nicht gelernt. Ich hab's tagelang mit dir probiert. Und darum haben wir keine gemeinsamen Hobbys. Jeder Trottel kann Murmeln spielen. Jeder Trottel? Dann spiel doch Murmeln. Ja. Ja, mach doch die Murmeln liegen da. Lass dir mal kurz Murmeln spielen, Jungs. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. So spielt doch keiner. Jetzt lass mich doch mal ganz ruhig. Ich hab's noch nicht mal angefangen. Ich kann das. Ich kann das viel besser als du. Oh Gott. Du bringst Schande über meine Murmeln. Hör auf damit. Das macht keinen Sinn. Es ist nur grad, weil ich aufgeregt bin. Weil du mich, ich kann das. Du kannst das. Ja komm, dann guck ich jetzt weg. So. Genau. Das lässt du dich auch verhindern, ne? Von der Tatsache, dass du tatsächlich zu dämlich bist. Wumeln zu spielst. Er hat sich ein bisschen verändern lassen. Jetzt lässt du dich verändern. Zeigst andere Emotionen auch. Was wäre jetzt eine maximale Veränderung für deine Figur? Auf einmal komplett zurück zu gehen. Auch eher, ja, vielleicht traurig zu werden. Zurückhaltender. Genau. Ängstlich, schüchtern. Genau. Spiel das mal raus. Sag doch mal. Ja, dann zeig mal. Ja komm. Dann zeig ich mal, wie du Murmeln spielen kannst. Gib mir ein bisschen Raum, damit sie jetzt als Schauspielerin da... Und du kommentierst jetzt nonverbal die Szene. Ja, okay, ich kann es nicht. Ja, siehst du, mit 30 Jahren keine Murmeln spielen können. Wofür habe ich dich in die Welt gesetzt? Mein einziges Kind kann keine Murmeln spielen. Das große Familienerbe kannst du nicht... Ich finde es echt nicht lustig, ne? Das ist schon etwas, da hackst du schon... Das ist auch nicht lustig. Also mein ganzes Leben auf mir rum, dass ich keine Murmeln spielen kann. Es ist so traurig, dass es schon wieder lustig ist. Das ist es. Das tut mir weh, ne? Das merkst du auch gar nicht. Dass ein Vater vielleicht sein Kind auch mal aufbauen könnte... Die Kinder von Uwe und Peter können Murmeln spielen. Du kannst das nicht. Ja, vielleicht weil du es mir nicht richtig beigebracht hast. Ich bin der beste Murmelspieler hier in ganz Bad Neuhof. Ich soll dir das nicht richtig... Das ist doch wirklich sicherlich so. Dann zieh doch aus. Mit dir kann man eh nichts anfangen. Dann hättest du mich auch einfach mal in den Arm nehmen können, statt immer nur mit deinen Murmeln zu spielen. Ja. Ich spiel mal ja zu mir. Ja. Das hätte ich vielleicht machen können. Ja. Aber du hättest auch Murmeln spielen lernen können. Dann hätte ich dich mehr in den Arm genommen. Schleswig, wenn wir mal... Da hätten wir einen Schritt aufeinander zu gehen können. Was hat's mir noch passiert? Ja, du hast es noch nie gesagt, dass du in den Arm genommen werden willst. Weißt du? Ja komm, dann hier. Ich nehme dich in den Arm. Komm. So. So. Ist jetzt gut, ja? Aber lass dich auch davon verändern, dass du in den Arm hast. Und wieder eine Veränderung. Papa. Lass uns zusammen Murmeln spielen, okay? Okay. Ich zieh auch nicht aus, wenn du es mir beidringst. Nein, wir können auch ein Level leichter Murmeln spielen, das ist schon okay. Wir können auch nur mit den Murmeln rumwerfen. Okay, danke schön. Bist du mir leicht. Okay, gut. Ja? So. Das ist sozusagen, wer jetzt so ein klassischer Aufbau, ne? Dann würde sie ein bisschen vor die Szene spielen, wer drin mitspielt, ne? Die würden mit einer bestimmten Emotion oder mit einem bestimmten Status anfangen und dann irgendwann ab der Mitte wäre es den erfahrenen Infospielern klar, ah, am Ende sollte doch was verändert sein. Die Figuren sollten schon eine Wandlung durchgemacht haben. Und dann lohnt es sich auch, das sich angeguckt zu haben. Und da würde ich auch noch ein Spiel zum Abschluss mit euch spielen. Einer von euch würde sozusagen mal kurz vor die Tür gehen, vielleicht mit Justin oder mit jemand anders oder auch alleine, ne? Und so, dass er nichts von dem, was wir jetzt besprechen, mitkriegt. Und dann holen wir euch wieder rein, einen von euch. Und dann muss er etwas rar. Dieses Infospiel heißt Expertenspiel. Es geht darum, dass er gleich behauptet, als Experte was erfunden zu haben. Und du wirst mit Hilfe deiner Arme versuchen, ihm das beizubringen, ne? Also er wird die Arme so verschränken. Du machst die Arme durch. So? Ja, genau. Und er kann zum Beispiel eine Brille erfunden haben. Wenn man die aufsetzt, dann kann man die Leute nackt sehen, ne? So. Dann würdest du eben mit deinen Händen die Brille, ne, und das Wort nackt versuchen zu umschreiben. Er muss das erraten. Aufgrund deiner Hände. Ne? Ein Mikro. Wenn man da rein bleibt, wird man unsichtbar. Ne? Okay. Okay Dennis, du kannst wieder hochkommen. So. Wir sind also beim Spiel Erfindung des Jahrtausends. Du behauptest, eine Erfindung gemacht zu haben. Du musst die Arme verschränken, so. Und du kriegst fremde Arme. Das wird jetzt ein bisschen... Ja? Ich weiß gar nicht, ob da durchgekommen. Und die Arme wollen dir... Du musst ein bisschen mehr Space lassen. Ja, genau. Jetzt kannst du da durch, ne? So. Und mit Hilfe der Arme musst du erläutern oder rechtfertigen, was du erfunden hast. Ne? Also letzte Woche warst du schon mal bei mir. Da hast du eine Brille erfunden, ne? Wenn man die aufgesetzt hat, hat man die Leute nackt gesehen. Die hast du heute nicht erfunden. Das ist was ganz anderes. Über Jamba Abonnenten Service haben wir die verkauft. Das war supergeil. Ein Kracher, diese App. Ja. Was hast du mir diese Woche mitgebracht? Diesmal habe ich so eine komische Maschine mitgebracht. Ah ja. Ich habe sie noch nicht genau benannt. Aha. Was ist das? Das ist tatsächlich so eine Maschine mit zwei Bonus-Armen quasi. Aha. Also du siehst, ich habe die ganze Zeit die Arme hinter dem Rücken. Ah ja. Und ich kann mit dieser Maschine, um mal kurz zu zeigen, wie toll das Ding ist. Ja? Zeige ich mal jetzt zwei Daumen. Ja, wie heißt denn das Objekt erstmal? Was ganz normal ist? Die letzte Woche die Brille. Was ist das heute? Das ist… Das ist… Das kann… Das kann… Das kann… Das kann… Das kann… Ja, genau. Ich habe gedacht, die Erfindung wäre, dass ich zwei neue Arme habe. Nein, nein, nein. Okay. Das sind deine Arme. Das ist dann tatsächlich scheinbar ein Mikrofon, ähnlicher Gegenstand. Ja, das ist ein Mikrofon, genau. Durch den ich spreche oder durch den man mich dann genauso laut hört wie vorher. Na ja, das gab es ja schon. Das ist super. Aber was ist jetzt bahnbrechend neu nie da gewesen? Ich denke an deine Brille. In der letzten Woche hast du, wenn die Leute unsichtbar sehen kannst… Also wenn ich durch dieses Mikrofon spreche… Ja, was passiert dann? Dann sieht man mich tatsächlich nackt. Ja, genau. Das ist super. Das knüpft ein bisschen an die Brille an. Ich weiß, manche Leute werden jetzt vorlaufen. Oh, das ist nicht sehr schlau. Aber… Ich werde es einfach mal anschalten, dann machen wir mal den Test. Okay, sprich mal rein. Hallo, hallo. Wow. Sehen Sie? Meine Damen und Herren, Sie sehen nichts. Das ist unglaublich. Man hört nur, aber man sieht nicht. Weil, wenn man da rein spricht, wird man… Unsichtbar. Genau. Ich bin dabei trotzdem noch nackt. Glauben Sie mir als Zuschauer. Ich bin nackt. Okay. Gut, jetzt kannst du mal rausgehen. Gerade bei Ideen. Oh ja. Wenn man die öffnet, mach mal sein Wunschwetter auf. Okay. Das musst du mit den Händen hier beidrehen. Viel Spaß. Dann die Erfinderin bitte auf die Bühne. Dann die Erfinderin bitte auf die Bühne. Wow. Achso, warte. Wie ging das aber nicht? So, musst du aber so machen. Genau. Und da kommen die jetzt durch. Ja. Herzlich willkommen, Frau Doktor, Professor. Wie war nochmal Ihr Name? Ähm, ähm, ja, Wie. Frau Wie. Frau Wie. Frau Doktor, Professor Doktor Wie. Frau Doktor, Professor Wie. Mhm. Dann erklären Sie uns doch mal, was Sie uns heute mitgebracht haben, Ihre Erfindung und wie sie funktioniert. Bitte schön. Achtung, ja. Achtung. Ich habe da in meiner linken Hand etwas, ähm, das gab es noch nie zuvor. Das kann man öffnen. Ja. Das ist, ähm, wenn man das öffnet, kommen Dinge heraus. Ja. Sie fallen förmlich heraus wie Flöckchen. Oh ja, genau, Flöckchen. Ja, das ist ja wirklich das Tollste. Wie schnell Flöckchen vom Wunschwetter. Ja, das, das kann auch passieren, richtig. Aber wie heißt denn das Objekt? Das Objekt ist eine Schneeflöckchenmaschine. Ja, so haben Sie das im Titel auch genannt, ja, aber es ist zusammengesetzt aus einem ganz alltäglichen Gegenstand, den unser Dennis zum Beispiel heute auch schon in der Hand gehabt hat. Ah, also es ist, ja, natürlich, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, erstmal eine herkömmliche Dose. Ja, richtig. Und wenn man diese Dose öffnet, dann kann man was? Dann kann man zaubern. Was kann man zaubern? Was genau? Man kann das Wetter beeinflussen. Jawoll! Ernsthaft jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gern. Sehr gut. Ja, das war's. Super. Cool. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ich wusste überhaupt nicht, wie ich das da aufstellen soll. Ja, ja, die genialen Hände einfach. Ja, super. Das war Teamwork. Das war großartig. Genau. Wow. Haben wir noch? Ja, krass. Für eins? Sehr gern. Du verleihst jetzt in einem Synchronstudio ihm die Stimme, ne? Du wirst einfach nur die Lippen bewegen und stumm sprechen und deine Stimme kommt dann dabei raus, ne? Das ist super. Genau. Und die geben dir einen Beruf, ne? Können wir uns auf irgendeinen Beruf einigen? Ja. Wie zum Beispiel? Ich bin Kfz-Mechatroniker. 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 Ne? Und Action. Ja, hallo. Mein Name ist Achim und ich bin Kfz-Mechatroniker. Seitdem ich denken kann, wollte ich auch schon immer werden. habe ich schon mit fünf, ihr wusst, weil ich einfach Autos liebe. Aber sonst habe ich nicht viel. Aber Autos, das ist meine Leidenschaft. Ich kann Autos polieren wie kein anderer. Das möchte ich jetzt... Entschuldigung. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch mal vormachen. So. Man muss ein Auto behandeln wie ihr Frau. Schön zärtlich. So. Da streichelt man drüber und muss auch ein bisschen Druck manchmal noch hinterher geben. Und dann vielleicht noch einen kleinen Klaps. Und ansonsten ist es auch ganz wichtig, dass man mit dem Auto redet. so. Was für einen Beruf wollen wir ihr geben? Urologin. Urologin. Ja? Gut. Und du bist die Stimme. Warte mal, Urologin. Ja? Ne? Ja. Und Action. Ein Ding, ne? Ja. Hallo. Ich bin vis-à-vis beruflich Urologin. Ich sehe sehr, 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 sehr viele Dinge, die ich nicht sehen möchte. Aber ich verdiene damit mein Geld und das ist schon okay so. Neulich war der Justin bei mir mit einem derben Ausschlag im Genitalbereich. Super ekelhaft. Ja. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, Justin. Wir konnten allerdings mit einer Wund- und Heilsalbe alles verdecken. Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Gut. Dankeschön. Gut. Und jetzt, um unsere Synapsen richtig durchkrallen zu lassen, werden beide Figuren an einem Ort aufeinandertreffen und du musst ihn sprechen und du sie. Boah. Okay. Okay. Und Action. Boah, der Heik aber heut hier wieder ein schönes Modell zum Streicheln. Ja, das fühlt sich gut an. Hm. Was kommt denn da hinten für eine geile Tante angefahren? Hm. Aber das Auto ist ja noch viel schöner als die Tante. Na, mal gucken, was ich da machen kann. Ja, hallo. Ich bin Urologin von Beruf. Man sieht es meinem Auto vielleicht nicht an, aber es sollte mal repariert werden. Können Sie mir da helfen, schöner Mann? Ja, ich denke, das ist machbar. Sollten Sie erstmal aussteigen aus dem Ding. So, und jetzt, ähm, lassen Sie mich doch mal sehen, was Sie da für Probleme haben. Worum geht es denn, schöne Frau? Boah. Also, das Auto fährt nicht so schnell wie das Auto von meiner Freundin. Was ist das Problem? Ähm, Freundin, heißt das, Sie sind eine Lesbe oder was? Ja, seitdem ich Urologin bin. Gut, danke. Ja, super. Ja, was man einfach mal wissen muss, ne, wenn man anfängt mit Impro-Theater, der Impro-Spieler geht durch verschiedene Stadien durch, ne. Die nennen wir einfach mal Pipi, Kaka, Sex, dann kommt das Gewaltstab, ne, der Tod, dann spielen alle nur noch Heilige und irgendwann kommt man zu der authentischen, systemischen Improvisation. Deswegen, da müsst ihr einfach durch, ne, durch Pipi-Urologe, ne, und durch Sex sind Sie Lesbe und Klischees und, ne, all sowas. Das ist vollkommen normal, ne. Ich hab noch keinen Impro-Spieler gesehen, der wirklich gut geworden ist, der da nicht durchgehen musste, ne. Das ist wie beim Kind, was auf die Welt kommt, muss auch erstmal alles, was rauskommt, muss gewickelt werden, ne, das ist so, ne. Später fummeln sie, ne, an sich rum, ne, und dann, ne, genau dasselbe. Zum Glück hast du diese Sache nicht vorher gesagt, bevor wir angefangen haben. Ja, ja. Also so auf einer Skala von eins bis zehn, wie schlecht oder gut waren wir jetzt so heute? Für so jetzt mal wirklich im unbarmherzigen Durchschnitt, so verglichen mit anderen, wie waren wir da? Passen wir mal zusammen die Fakten, ne. Wir haben jetzt eine Stunde Training gemacht, ihr habt gleich eine Zweiersynchro hingelegt, das ist von der Skala von 0 bis 10 eine 10. Nach einer einer Stunde eine Zweiersynchro, Respekt. Also richtig gut. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch, ne. Dankeschön. Dankeschön. Und ich hoffe, ihr macht weiter mit Impro, ne, nicht nur Freestyle. Wir treffen uns jetzt einmal die Woche. Einmal die Woche und bewegen so die Lippen gegenseitig. Ja. Das ist gut. Ich finde auch dieses Auja und vor allem auch diesen Satz, ich weiß zwar nicht, was ich hier tue, aber es ist okay, das finde ich sind einfach, das ist ein Motto, das kann man auch im Alltäglichen ganz gut anwenden. Das könnte ich auf jeden Fall auch mal vor Konzerten machen, da weiß ich nämlich auch nie, was ich mache. Und ich bin auch sehr überrascht von dir, Dennis, du warst heute viel weniger grumpy als sonst. Ich habe da so eine Seite in mir, die kommt manchmal raus. Aber jetzt, sobald die Kamera raus ist, ist wieder alles scheiße hier. Nein. Alles super. Ich bin jetzt total positiv gestimmt und hüpfe gleich aus diesem Laden raus. Danke für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne. Dennis, also auch der zweite Dennis 3 Plus, dir ganz viel Erfolg, ne. Wenn du willst, darfst du gerne zum Schluss nochmal was sagen zu mehr und zu deinem Album. Ja, mehr, das ist dann glaube ich so ab heute raus. Dann könnt ihr das mal kaufen, wenn ihr das hören wollt. Wenn ihr es nicht hören wollt, dann braucht ihr es auch nicht kaufen. Wenn ihr es hören wollt, dann kauft es. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn es floppt, wirst du einfach Schauspieler. Wenn es floppt, werde ich einfach Schauspieler. Dann machen wir sowas auf. Ich habe da schon Visionen, das ist ganz groß. Ich habe so viele Ideen, die werde ich jetzt nochmal aufschreiben. Bis. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.